Schnell, sicher, flexibel. Als Komplettanbieter für Logistiksysteme ist SSI Schäfer Marktführer. Wir optimieren die Lagerlogistik unserer Kunden und steigern so ihre Effizienz. Diese Effizienz entsteht hier und das seit 75 Jahren. Wir bieten innovative Lösungen aus einer Hand. Manuelle, Teil- und vollautomatisierte Lager- und Logistiksysteme mit Software. Am Standort Neunkirchen fertigen wir aus Stahl und Kunststoff eine Vielzahl an Produkten für Lagerung, Transport und Abfallentsorgung. Stahlprofile wie diese sind die Grundlage der Regalsysteme, zum Beispiel Hochregallager, Fachbodenregale und automatische Kleinteilelager. Unsere Kunststoffbehälter sind nicht nur besonders robust und langlebig, sie passen auch genau zu unseren Kleinteilelagern und Förderstrecken. Jetzt wissen Sie, wo Effizienz entsteht. Als Komplettanbieter für Lager- und Logistiksysteme sowie Abfalltechnik und Recycling bringen wir diese Effizienz auch in Ihr Unternehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017